Oft haben Online-Startup-Gründer viele Ideen, wissen aber nicht, welche davon am Markt überleben wird. So wird viel Geld verbrannt, weil zu lange in die falsche Richtung investiert wird. In diesem Video wirst du lernen, wie du Ideen findest, wie du sie nach Chancen sortierst und wie du sie kostengünstig am Markt testest. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Erweitere mit mir dein Wissen, blicke hinter die Kulissen von Politik, Medien und Wirtschaft und begleite mich auf meinem Weg als Unternehmer. Und ich werde immer wieder gefragt, wie man denn eigentlich Ideen findet, Online-Ideen für ein Produkt. Und deswegen werde ich das heute mal in einem Video beantworten. Ich habe vier Bereiche mir rausgesucht. Das erste ist, wie findet man Ideen? Das zweite ist, wie macht man die Marktrecherche? Das dritte ist, wie setzt man das Ganze um? Und das vierte ist, wie testet man das Ganze nach Zahlen belastbar? Ich habe das gleiche Problem gehabt in der Vergangenheit. Ich hatte sehr, sehr viele Ideen, was mache ich für ein Produkt? Ich wollte mich unbedingt selbstständig machen. Und ich habe mehrere Produkte entwickelt, die ich dann auch online gestellt habe. War nicht alle ganz ernsthaft. Da findet man auch noch ein bisschen im Internet in meiner Vergangenheit ein paar Projekte. Aber letztendlich hat sich dann ein Projekt bei mir herauskristallisiert. Das ist jetzt ein Online-Dateikonverter. Der hat ganz anders gestartet. Das war eigentlich ein Projekt, mit dem konnte man Quersummen bilden von Dateien, Checksummen. Und irgendwann haben eben dann auch Nutzer gesagt, kannst du nicht auch nur Dateien in irgendein binäres Format konvertieren, sondern vielleicht auch in ein Bild. Kann man auch Bilder konvertieren? Oder kannst du nicht Videos konvertieren? Und so wurde nach und nach aus einem Projekt, was irgendwie nur Hashes erstellt hat, wurde ein Online-Dateikonvertierer, der jetzt einer der größten weltweit ist. Was ist die Hauptaussage? Heute lerne mit minimalem Aufwand ein Produkt zu finden, das am Markt funktioniert. Und wenn du dieses Video gesehen hast, dann kannst du eigentlich gleich damit starten. Es gibt ein gewisses Schema, das man immer wieder holen kann, um Produkte bzw. Features in Produkten zu testen, ob die am Markt funktionieren oder nicht. Ich habe mal ein Video schon gedreht, wie man online Geld verdienen kann. Das schreibe ich euch mal unten rein. Und da gibt es im Grunde genommen drei Bereiche. Man kann entweder die Content-Strategie fahren, also man hat einen Blog zum Beispiel, man schreibt Texte, baut das ganze Projekt auf. Man kann ein E-Commerce-Projekt fahren, das heißt, man hat Produkte, verkauft irgendwelche Produkte. Entweder stellt man diese Produkte selber her oder man kauft sie ein und verkauft sie teurer. Oder man macht ein Software-as-a-Service, genauso wie dieser Online-Dateikonvertierer von uns ist. Das heißt, es gibt eine Dienstleistung, die man im Browser benutzen kann, ein Programm quasi, was man dort per Browser steuern kann. Es ist wichtig, dass auch nochmal grundsätzlich, dass du ein Produkt kreierst. Also du hast einmal eine Arbeit und dann kannst du ständig davon kassieren. Das Gegenteil ist, dass du Zeit gegen Geld tauscht, wie zum Beispiel ein Web-Entwickler oder ein Web-Designer, wenn er das nicht anders macht. Das heißt, du bekommst einen Auftrag, eine Webseite zu gestalten. Dann gestaltest du die Webseite, gibst das ab und dann bekommst du Geld. Wenn du nicht arbeitest, dann bekommst du aber auch nicht Geld. Hast du allerdings ein Produkt gemacht, so kannst du auch mal Urlaub machen. Und das Produkt funktioniert weiter im Internet. Das heißt, du hast ein ständiges, passives Einkommen. Ich würde empfehlen, eigentlich kein Content-Produkt zu machen, beziehungsweise ein Produkt, wo du darauf angewiesen bist. Das Nutzer kommentieren, das Nutzer selber etwas hochladen, damit andere das auch sehen können. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Forum zum Beispiel. Das ist sehr schwierig zu starten, weil dort hast du das Henne-Ei-Problem. Wenn ein Forum zum Beispiel kein Content hat, wird auch keiner auf diese Seite gehen. Wenn keiner auf diese Seite geht, dann wird aber auch keiner Content produzieren für dich. Ich würde das Ganze, wenn du etwas online erstellen möchtest, ein Produkt erstellen möchtest, erst mal antesten, solange du noch angestellt bist. Da habe ich letztens auch ein Video gedreht, nebenberuflich selbstständig machen, schreibe ich euch unten rein. Das betrachtet das ganz gut. So hast du die Möglichkeit, während du noch Geld verdienst, Sachen zu testen, die vielleicht dir kein Geld einbringen werden, zumindest nicht am Anfang. Das Ganze kommt nicht über Nacht. Es ist viel Arbeit. Ich habe 2008 den Online-Converter angefangen zu programmieren. Der ging auch 2009 online. Das heißt, wir haben jetzt Zehnjähriges 2019. Da bin ich eigentlich sehr stolz drauf. Aber es ist und war auch viel, viel Arbeit. Und viele, viele Tests waren notwendig. Denn kein Mensch weiß ohne Tests, was denn wirklich der Markt eigentlich braucht. Was braucht der Nutzer? Es kann sein, dass man eine super Idee hat, aber der Markt braucht diese Idee nicht. Wie findet man nun Ideen generell für etwas, was man machen möchte, was man online stellen möchte? Generell, normalerweise scheitert es nicht daran, dass man keine Idee findet. Du kannst viel lesen zum Beispiel. Du eignest dir einfach Wissen an. Du kannst auf Konferenzen gehen. Schau dir Kanäle an auf YouTube, was geht und was nicht geht. Frage Freunde. Und vor allem schreibe dir die Ideen auch gleich auf, sodass sich nach und nach eine Liste bildet mit guten und schlechten Ideen. Und nach ein paar Tagen, Wochen und Monaten hast du dann eine relativ große Liste. Und die kannst du dann nach Marktauglichkeit, sagen wir mal, testen. Und wie gesagt, es ist meistens nicht das Problem, eine Idee zu finden, sondern ein Produkt, was andere brauchen. Das ist ganz wichtig. Wenn du eine super Idee hast, es braucht aber keiner, dann kannst du die Idee gleich wieder einstampfen. Die Idee, die du hast, die sollte dir Spaß machen und es sollte auch notwendig sein oder es ist Voraussetzung, dass du die Idee hast, die dir Spaß macht und dass der Markt danach verlangt, also eine Nachfrage da ist. Es sollte in einem Bereich sein, wo du eh schon Wissen hast oder wo du bereit bist, dir Wissen anzueignen. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern wo du bereit bist, eine Autorität zu werden, wo du quasi der Beste auf der Welt werden kannst, weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern du hast das Wissen und die Leute vertrauen dir auch, wenn sie dir zuhören, dass sie das Wissen auch von dir am besten bekommen. Dann überlege dir, wenn du eine Idee hast, gibt es das Produkt schon? Das ist eine Art Marktrecherche, so mache ich das auch. Wir haben ja nicht nur diesen Online-Dateikonverter, wir haben auch noch mehrere andere Produkte. Kann man, wenn wir ein neues Produkt uns ausdenken, dann schauen wir erst, gibt es dieses Produkt am Markt schon? Wenn ja, dann kann man sich eigentlich die Marktrecherche sparen, weil es schon Mitbewerber gibt, die in diesem Bereich schon tätig sind. Wir versuchen dann meistens, wenn wir diesen Bereich mit einem neuen Produkt bearbeiten wollen, ob es Webseiten gibt, die, sagen wir mal, zu den Top 2000 vom Traffic her weltweit Webseiten gibt. Das kann man zum Beispiel mit Alexa.com oder mit SimilarWeb kann man das rausfinden, ob diese Webseiten viel Traffic haben oder wenig Web Traffic haben. Das ist wichtig, damit man genügend Platz hat, um sich vom Kuchen etwas abschneiden zu können. Wenn ich dann die drei besten Mitbewerber rausgefunden habe, dann extrahiere ich die besten drei Ideen von diesen Mitbewerbern und packe meine eigenen Ideen dazu, meine eigenen Features, die ich umsetzen möchte. Und deswegen habe ich dann automatisch auch das bessere Produkt als meine Mitbewerber, weil ich von allen Mitbewerbern die besten Ideen habe und meine eigenen Ideen noch obendrauf packe. Ganz legitim kann man machen, machen auch viele Leute. Kommt auch den Nutzern zugute, weil sie letztendlich ein besseres Produkt bekommen. Ja, Wettbewerb belebt das Geschäft und verbessert auch die Produkte. Es gibt ein sehr cooles Buch, was ich euch heute vorstellen möchte. Das nennt sich Lean Startup von Eric Ries. Das ist schon älter, also das habe ich mindestens schon ein paar Jahre. Nachdem entwickle ich eigentlich auch meine neuen Produkte und Features, die ich online stelle mit meinem Team. Ich schreibe euch einen Link unten rein. Letztendlich geht es darum, dass du ständig testest, dass du Produkte testest, dass du nicht nur ein Produkt hast, sondern dass du viele Produkte hast, die du gleichzeitig online hast und gleichzeitig auch testest. Und zwar mit minimalem Aufwand, um zu lernen, was die Kunden wollen. Teilweise wird nicht mal das Produkt online gestellt, sondern nur eine Eingabefläche auf einer Webseite, wo man sich zu einem Newsletter anmelden kann. Ja, zum Beispiel, werde informiert, wenn Produkt XY online geht. Dann wird das Ganze beworben. Natürlich muss auch auf diese Seite natürlich ein gewisser Traffic draufkommen, damit man einen ausreichenden Test hat. Wenn sich genügend Leute für eine Newsletter anmelden, dann kann man davon ausgehen, dass dort ein Interesse herrscht. Und erst dann wird teilweise das Produkt produziert und hergestellt. Wenn sich zu wenig Leute anmelden, dann wird einfach das Produkt gar nicht erst entwickelt. Gehe so schnell wie möglich online mit einem Minimum Viable Product, nennt sich das MVP. Kommt auch von Eric Ries. Das heißt, du hast wahrscheinlich eine Idee mit ganz vielen Features, die du online stellen musst oder möchtest. Aber geh mit einer abgespeckten Version so früh wie möglich online. Die darf auch gerne noch Fehler haben. Und hole dir aktiv vom Nutzer Feedback, möchte er überhaupt dieses Produkt haben oder möchte er vielleicht etwas Ähnliches haben, an das du gar nicht gedacht hast. So kannst du relativ schnell nachschleifen, dein Produkt, wenn du merkst, der Markt verlangt eigentlich was anderes. Du kannst am Anfang gar nicht wissen, was will eigentlich der Markt. Das ist überhaupt nicht möglich. Deswegen geh erstmal mit irgendwas online, hol dir Feedback rein und richte dich dann dem nach, wenn das Feedback sinnvoll ist. Versuche auch möglichst früh eine bezahlbare Version zu finden. Es gibt gewisse Sachen, hätte ich das früher gewusst, dann sähe es heute wahrscheinlich deutlich anders aus. Dann hätte ich viel Geld auch sparen können, Geld, was ich gebraucht habe, um selber zu lernen, wie das Ganze funktioniert und wäre auch selber früher mit einer bezahlbaren Version online gegangen. Der Online-Converter, der ist in seiner Grundversion kostenlos. Allerdings gibt es seit ein paar Jahren eben auch eine Premium-Version, wo man dann auch größere Dateien konvertieren kann. Und so weiter. Das gab es allerdings nicht von Anfang an. Hätte ich das gewusst, hätte ich das wahrscheinlich auch noch früher implementiert. Weil man muss ja wissen, wie kann man Geld verdienen mit diesem Produkt. Und dazu muss man wissen, für was sind Kunden bereit, auch Geld auszugeben. Zusammenfassend nochmal von The Lean Startup, von Eric Ries. Du erstellst eine Hypothese, das ist dein Produkt oder das Feature von deinem Produkt. Finde Kunden, um zu experimentieren. Dann baue ein Produkt, ein MVP, teste, bestätige die Hypothese oder verwerfe die Hypothese und erstelle eine neue. Das heißt, du hast dann einen ewigen Kreislauf, wo du Annahmen testest durch aktives Nutzerfeedback und ständig nachschleifst. Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen bei mir und in unser Team auch, dass wir ständig mehrere Tests am Laufen haben, die eine bestimmte Hypothese haben und nach ein paar Tagen oder nach ein, zwei Wochen überprüft werden, ob die wirklich am Markt auch funktionieren. Zum Beispiel kann man überlegen, ob man vielleicht den Bezahlvorgang anstatt auf zwei Seiten auf eine Seite macht. Oder ob man bestimmte Sachen links hinpackt oder rechts hinpackt oder wo Werbung hinkommt auf der Webseite. Ständig sind das Hypothesen, Annahmen und die werden nicht mehr nach Bauchgefühl dann bestätigt, sondern nur noch nach Zahlen und dann wird das Bessere genommen. Also, was verstehe ich unter Testen? Aktiv, wirklich aktiv, nicht nur passiv, sondern aktiv Feedback von Nutzern verlangen. Mit Nutzern interagieren, sie vielleicht schon für eine geschlossene Beta-Phase heranholen, dass sie auch ein bisschen an das Produkt gebunden werden, Teil des Produktes sind und dann später, wenn es online geht, auch ein paar Features haben, die dann Geld kosten werden und die sie dann aber kostenlos vielleicht bekommen. Du musst alle Business-Metriken testen und zwar erfolgreiche Verkäufe. Woher kommen die Leute? Was sind deine besten Seite? Warum sind die Leute wieder gegangen? Welche Features gehen am besten? Welche Features gehen nicht? Verbinde das mit deinem aktiven, mit einer aktiven Feedback-Nachfrage von deinen Nutzern. Zum Beispiel bei uns, wenn jemand etwas konvertiert hat, eine Datei, bekommt jeder Nutzer unten die Möglichkeit, non-intrusive einen Kommentar abzugeben oder zumindest eine Note, sodass wir einen Eindruck bekommen, werden wir besser oder werden wir schlechter. Und natürlich sind die Leute, die einen Kommentar abgeben, egal ob gut oder schlecht, eigentlich sind die besten Kommentare die schlechten Kommentare, wo ein Nutzer wirklich mal sich auslässt, was ihm nicht gefällt, das sind die wichtigsten Kommentare für uns und die machen uns nicht fertig, sondern ganz im Gegenteil, wir haben die Chance, dadurch besser zu werden. Die DSGVO muss man beachten, allerdings erlaubt die DSGVO gerade auch die anonymisierte Datensammlung. Ich habe auch mal ein Video zur DSGVO geschrieben, Schnelleinstieg und irgendwelche Formulare, die man da, sich, Musterformulare, die man da relativ schnell runterladen kann, ausfüllen kann, sodass man da auch einigermaßen auf der sicheren Seite ist. Die DSGVO erlaubt eben gerade diese Aggregierung, dass man, oder behindert sie nicht, anonymisiert, dass man eben auch dort über künstliche Intelligenz oder was weiß ich, auch dort eben irgendwelche Muster herausfindet und dann auch seine Tests bestätigen kann. Dann gibt es noch das Pareto-Prinzip, das möchte ich hier auch nicht unerwähnt lassen, das ist dieses 80-20-Prinzip und das ist laut meiner Sicht auf alles anwendbar. Also mit 80 Prozent, du kannst 80 Prozent der Features entwickeln mit 20 Prozent deiner Arbeitszeit und genau auf diese Features solltest du dich konzentrieren. Sagt im Gegenschluss, die weiteren, die restlichen 20 Prozent der Features entwickelst du mit den restlichen 80 Prozent deiner Arbeitszeit. Also konzentriere dich auf die Features, die du schnell implementiert hast. Du bekommst 80 Prozent mehr Kunden mit 20 Prozent deines Budgets. Dann konzentriere dich auf diese Features, mit denen du mehr Kunden bekommst. Du bekommst oder fixst 80 Prozent deiner Bugs mit 20 Prozent deiner Entwicklungszeit. Konzentriere dich auf diese Bugs und so kannst du dich in deinen ganzen Entscheidungen auch davon leiten lassen, was kannst du mit relativ wenig Arbeitszeit, mit relativ großem Impact entwickeln oder fixen oder verdienen. Ja, also du musst das einfach mal ein bisschen laufen lassen, deine Gedanken und du wirst auch merken, das ist mir auch in Fleisch und Blut übergegangen, je näher du an diese 80, 90, 99 Prozent kommst, desto teurer wird das, desto mehr Entwicklungszeit musst du reinstecken. Das heißt, irgendwann mach einen Punkt bei 80 Prozent und kümmere dich um was anderes. Die typischen Fehler sind, wie immer, dass du zu spät online gehst. Du wartest auf eine perfekte Version, die wird nie kommen. Du wirst immer Bugs haben, du wirst immer neue Ideen haben und du wirst immer denken, das ist aber noch nicht perfekt und so weiter. Ganz schlecht, geh so früh wie möglich online. Entwickle ein Produkt mit einem Feature, völlig egal, aber auf dieser Seite muss stehen, kontaktiere uns, wenn du Ideen hast, war es gut, war es schlecht, was möchtest du sehen und so weiter. Ein typischer Fehler ist auch, dass du falsche Tests hast. Du bekommst die falschen Zahlen, du testest nicht das Richtige und deswegen ziehst du auch die falschen Schlüssel daraus. Du hast ungenügende Tests zum Beispiel oder du hast Hemmungen, Hemmungen ein Projekt, an dem du lange entwickelt hast, in die Tonne zu werfen. Wir feiern Projekte, die wir vom Netz nehmen. Das haben wir schon gemacht. Wir testen auch ständig neue Projekte, aber wenn ein Projekt nun wirklich mal über Monate trotz Arbeit nicht das Ergebnis liefert, was wir von diesem Projekt erwartet und obwohl wir viel Geld reingesteckt haben, nicht viel Geld, aber Geld reingesteckt haben, ein gewisses Budget, stellen wir das offline. Dann ist das eben so. Dann ist dort kein Bedarf da und das haben wir gemacht und das haben wir wirklich auch groß gefeiert. Das hatte keiner mehr Lust, an diesem Projekt dann zu arbeiten, wenn keine Kunden das benutzen. Das Ganze klingt natürlich relativ einfach, aber wie immer liegt das Problem auch im Detail. Das ist relativ viel Arbeit, das Ganze mal in Fleisch und Blut überzugehen zu lassen, den gesamten Prozess mit der Hypothese testen und Hypothese bestätigen oder ändern. Allerdings bekommt man das relativ schnell dann drauf und dann sollte es eigentlich nicht mehr ein Problem sein in der Art und Weise, wie ihr denkt. Und selbst wenn ihr irgendwann mal ein etabliertes Produkt habt, müsst ihr ständig weitermachen. Wenn ihr nicht neue Features in diesem Produkt entwickelt, werdet ihr irgendwann überholt. Das heißt, ständig Feedback auch mit einem etablierten Produkt anfordern und testen, Hypothesen aufstellen und weiterentwickeln. Ich gebe euch noch ein Beispiel, wie funktioniert das Ganze? Also, wie findet ihr Ideen? Nochmal zurück zum Thema. Wie findet ihr Ideen, um mit einem Online-Projekt ins Internet zu gehen, online zu stellen? Ihr habt also eine lange Liste mit Ideen, die ihr jetzt nach und nach euch aufgeschrieben habt. Sortiert Ideen. Oben Ideen, bei denen du das Wissen hast. Das heißt, du bist der Spezialist, die dir Spaß machen. Das heißt, du bist auch motiviert. Und wo es auch Mitbewerber gibt mit Webseiten, die in den Top 2000 sind, maximal Top 5000. Das heißt, du hast auch eine Nachfrage. Und ruckzuck hast du ganz oben schon die Ideen stehen, die wahrscheinlich am Markt funktionieren werden. Du guckst dich um mit den besten drei Ideen, der besten drei Mitbewerber und bildest da dein eigenes Produkt. Ein MVP, das heißt, so schnell wie möglich online gehen, ein Produkt, ein Feature. Frage deine Nutzer, wollen sie das sehen? Mache Werbung. Natürlich kannst du nur testen, wenn auch Nutzer auf dieser Webseite sind. Lese das Nutzerfeedback durch, reagiere darauf und verbessere dein Produkt. Erstelle weitere Produkte, nicht nur ein Produkt, sondern zehn. Nimm mal, ruhig mal zehn. Mach einen Blog mit rein, irgendwas, ein Content-Produkt. Verkaufe vielleicht ein bisschen was, man weiß ja nicht, was dir liegt und mach mehrere Software-as-a-Service-Produkte. Und falls ein Produkt sich innerhalb von deiner gesetzten Zeit nicht rentiert und nicht deinen Zahlen entspricht, dann zögere nicht, es einzustampfen. Also, du hast nun die Wahl, monatelang, wenn nicht jahrelang, an einer Idee basteln, die vielleicht nie online geht und wenn du dann, weil du keine Kunden hast und weil du auch, weil demnach auch keine Nachfrage da ist. Oder, du bewertest deine Ideen, du hast keine Angst vor deinen Mitbewerbern, du gehst so schnell wie möglich online und testest nach dem vorgegebenen Schema, um Zeit und Geld zu sparen. Ja, und passend zum Thema heute, User-Feedback, wenn du Feedback hast für mich, wenn du etwas misswissen möchtest, wenn du etwas siehst, was ich verbessern kann, wie ich meinen Kanal ausbauen kann, wenn du generell Fragen hast, dann würde ich dich bitten, das alles unten reinzuschreiben und ich würde mich freuen, dann auch deine Ideen zu berücksichtigen, sodass ich auch einen Kanal habe, der dir gefällt oder der euch auch gefällt und ich helfe euch dann auch gerne mit dem Wissen, was ich in meiner Firma aufgebaut habe. Wenn du weiter lernen möchtest, wie du ein erfolgreiches digitales Unternehmen aufbauen kannst, dann wäre auch jetzt die Zeit, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Alles klar, das war's, viel Spaß und bis dann!